Divers, untapped potential and lots of hope, reich an Wissen, international, effektiv, ist der Nährboden, in dem neue Geschäftsmodelle viel schneller als bisher zum Erfolg gebracht werden können. Boomend, aus meiner Sicht sehr vielversprechend, extrem innovativ, ideenreich und mit wunderbaren Gründerpersönlichkeiten ausgestattet. Die deutsche Startup-Szene ist ein riesen Asset für die deutsche Wirtschaft, um sicherzustellen, dass die deutsche Wirtschaft auch langfristig erfolgreich sein wird im internationalen Wettbewerb. Großartig!